Ja, ich freue mich, dass wir Sie heute hier das erste Mal in einem Zusammenspiel dabei haben. Und ich freue mich auch schon auf weitere Auftritte, weil es hat bis jetzt schon so gut geklappt. Wir haben uns, ich immer noch nicht zu dir gucke, strahlst du und lächelst und... Ich nicht, ne? Du ja nur, wenn wir das vorher eingeprobt haben und gesagt haben, bei dem und dem Ton gucken wir uns alle und lächeln. Aber bei Vavani kommt das einfach so natürlich und frohherzig und ich denke mal, das ist auch ein bisschen, was ja Hangmusik auch verträgt. Gute Laune, Sonnenscheinfeeling und so eine innere Ruhe, Aussichtlichen halt. Auch wenn, gerade wie bei dir, du von Yoga-Kurs oder Yoga-Workshop zu Step-Tense-Workshop und sonst wo hastest und selbst gibst und machst. Aber wie auch immer. Heute geht es um Musik, um unsere Besicherung auf der Harfe. Jetzt... Bavani, ich habe den Namen schon gesagt, aber jetzt sage ich es nochmal. Sie heißt Bavani und wir spielen jetzt erst mal so ein bisschen ganz Figuren und so ganz auf die Lockere ein mit einem Stück, das haben wir Walzer genannt. Und dann sage ich es nochmal so ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020